so herzlich willkommen zurück zu call of doom nein nicht d o c sondern c o d episode 3 folge 1 darüber in special folgen mit dem alpha das witzige ist durch die beiden festvollen von alpha passt jetzt noch genau ist mir aufgefallen wenn wir sind noch drei episoden vor uns die dritte episode von du dann alte mit du und sich hier und das wird genau 3x8 24 das heißt was passt jetzt wollen wir jetzt quasi mit der dritten episode zum folgen anfang beginnen können für diese drei episoden quasi genau vier wochen auf ideal wenigen also direkt einfach mal los ach ja 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 ah ah let's go herrscher immer so viele so die sache ist ähm oh alter okay hier hat irgendein mod bisschen hart angelegt also die köpfe ja sieht schon wesentlich besser aus als originale e1 m3 das ist ja schon äh e3 m1 es ist ja schon ja wir sollten mit der waffe die wir sparen hatte ganz vergessen dass wir von der kommende komponitionen haben Oh, hier habe ich auch noch kommen auf Munition! Dega, was kommt mit meiner Munition hier los? Was? Ich komme nicht raus? Scheiße! Ähm... Wir werden in Zukunft erstmal mit der Waffe wieder spielen. Ich glaube, dann werden wir gerade bei der meisten Munition. Oh, achso, ja gut, das war das erste Level, das war ja 30, das ist ja... Ja, nicht jetzt so lang, das ist ja logisch. Äh, oh, das Level ist da schon umso länger. Bis dann!